Als Klassenvorstand hat man die Aufgabe, zweimal im Jahr Zeugnisse unterschreiben zu dürfen. Religion, Deutsch, Englisch, Geschichte und Sozialkunde, politische Bildung. Aber wenn wir uns das letzte Semester anschauen, dann steht nicht alles auf diesem Zettel oben, was ihr gelernt habt, was ihr jetzt könnt, wofür ihr euch eingesetzt habt. Das letzte Semester hat gezeigt, dass ihr viel mehr könnt, als das, was wir euch hier in die Hand geben. Und wir sind sehr stolz auf euch. Ganz besonders stolz auf euch. Ich bin sehr stolz auf euch. 언니 macht Spaß, aber das letzte Semester hat seid ihr zettetlich. Das letzte Semester hat man gedreht und es ist so sehr, 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 sehr gut. ich habefriendly, dass ihr hier mit mir geöffnet habt. Das letzte Semester hat sichishes Demos. was ich euch nicht zu tun? Und wo auch immer gut geht? Und wo auch immer gut geht? Und wo auch immer viel sich wischt? Und wo auch immer gut geht? Und wo auch immer plan ist. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wir sind stolz auf euch, weil ihr einfach die besten Schilder auf der ganzen Welt seid.